Okay, heute sind Sportarten dran. Wie sollen wir die Sportart nennen, bei der man einen Ball mit dem Fuß schießt? Äh, naja, Fußball. Finde ich richtig gut. Und wenn man den Ball mit der Hand wirft, nennen wir es einfach Handball. Genau. Du bist so kreativ. Dann brauchen wir nur noch einen Namen für die Sportart, bei der man einen kleinen weißen Ball mit einem Schläger in Löcher bringen muss. Ähm, Schlagball, Lochball oder Schlaglochball. Normalerweise steht hier doch dieser Vollidiot, der jetzt einen Vorschlag machen würde. Naja, er scheint nicht da zu sein. Dann nehmen wir einfach deinen Lochball. Ich wäre für Golf.